Hallo Leute und herzlich willkommen zu Phasmophobia mit Hoshi und Tim. Hallo. Moin moin. Hallo. Wir spielen heute über den Ingame-Chat. Also reden miteinander. Und ja, wir gehen jetzt mal raus. Warte, wie heißt der Geist? Ähm, Janek. Betty Clark. Du bist bei mir leise AF. Warte mal, du kannst auf Escape. Ich geh schon mal. Wer wie laut ist bei Optionen. Ja, ich hab dich auf 100%. Okay, das ist weird. Also ich hör ihn rumschreien. Es würde auf jeden Fall wieder wild. So. Hallo. Ich bin tot. Ah ja. Ich hab das vorst du. Instant tot einfach. Das kann nicht passieren mit sowas. Deine Team. Ähm, hier im Schlafzimmer ist in hier drei Grad. Okay, let's go. Ich bin auch ein Idiot. Ich rede die ganze Zeit normal. Ich sollte vielleicht über das Walkie-Talkie reden. Lol, was war das? Äh, ich leg mal das Buch hier in das Wohnzimmer. Nee, warte ich. Ja, wo ist Carlton dann? Okay, dann. Okay, let's go. Achso, ja. Könnten wir eigentlich auch machen, ja. Kann ich fragen, was dich in den Planen bringt? Äh, der Geist hat einfach schon reingeschrieben. Alles klar. Levin würde sagen, es ist eine Psychopathin auf jeden Fall. Ach, scheiße, sie ist eine Psychopathin. Ja, okay, nice. Geisterbuch. Äh, ja, einfach Geisterbuch. Oder wie heißt das Buch? Ja? Oh, Gott, ja. Sorry. Hier sind Schlüssel. Ja, let's go. Also, es könnte, es könnte halt ein Dämon sein. Das wäre echt scheiße. Äh, Tim. Ah, okay. Ich habe Schlüssel gefunden. Let's go. Wie, was ist der Schlüssel? Ja, wir können ja nur mal... Ding. Warum sollten jede Schublade öffnen? Das macht so keinen Sinn. Da weiß gar nichts drin. Boah. Äh, falls ihr ein Ouija-Board findet, oder wie das Ding heißt, das ist irgendwie auch... Irgendwie was. Ich habe schon wieder eine Schlüssel eingeschrieben. Oh. Oh, ja, oh, ja. Still sein, still sein, still sein. Und Licht aus. Also, das war hier. Oh, wo geht's? Die Tür hat sich vorhin bewegt. Die hier. Äh, älter. Gar kein Bock. Äh, lass ihn mal reinkommen. Ich habe eine Kamera. Ich will nicht... Ja, wahrscheinlich. Ist er überhaupt hier? Vorhin war RMF 2. Betty Clark. Betty. Betty, du fette Bitch. Oh, oh. Oh, oh. Das... Wow, sie steht hier. Nein, das ist die aus The Ring, Tim. Erinnerst du dich? Wow, 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 shit. Da beim Auto starten, sie. Ja, sie ist jetzt weg. Tim, wo bist du? Tim. Alter, es ist die aus The Ring. Oh. Erme Fiat, glaube ich. Okay. Es ist die aus The Ring, Alter. Ja, weißt du noch? Flashbacks, Fragezeichen. Die, die da im Badezimmer auf dich zugekrabbelt kamen. Scheiße, ey. Das war wild. Heute. Und heute. Wie hieß die nochmal? Bretti oder Betty oder so? Betty Clark. Betty Clark. Ja. Zeig dich. Hat wir nicht so mal eine Betty Clark? Ey, ich habe keinen Plan. Wir hatten ja auch schon so viele Geister. Hier in dem Badezimmer ist immer absolut viel los. Okay. Oh, wenn jetzt kommt das wieder, Alter. Oh, yo, Lichtplackern, Lichtplackern. Licht aus, Licht aus, Licht aus. Und sneakt euch hin, bewegt euch nicht mehr. Nein. Nein. Ich bin aber gestorben. Alles klar. Verlassen, Alter. Mann, wieso bin ich denn jetzt verreckt? Das ist ja unfair. Wow. Ich habe ein Ecksteiger, Alter. Dass die nicht geschehen. Nee. Wir sehen die das nicht? Wir müssen doch mal rein und Fingerabdrücke suchen. Ob die das nicht wissen? Geister Ohr, könnte es da... Ich glaube, ja. Oh, Gott. Oh, Leute, wir sehen jetzt hier die Live-Action. Sie kommt hier gekrabbelt. Oh Gott. Oh, Mann. Sie kommt rein. Sie kommt auf mich zu. Oh Gott. Nein, 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 nein. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Komm raus, komm raus, komm raus, komm. Komm raus. Ey, Tim, hörst du mich? Tim? Hallo? Ah, Tim? Wir hören uns, oder? Okay. Ja, let's go. Alter. Guck mal, guck mal da vorne. Bei mir guckt einfach eine Hand raus. Also den ganzen Arm. Nee, beide. Beide? Okay, bei mir ist nur eine. Leut. Der ist jetzt einfach ganz allein. Und der hat am meisten Angst. Armer Typ. Die ist richtig aggressiv. Alter, ja. Ist ja nicht normal, ey. Nein, nein. Er geht instant wieder raus. Was macht der denn? Was sagst du, was ist es? Ich glaube, es ist ein Oni. Ich habe jetzt... Wow, wow, wow. Leute. Alter, ich bin einfach die Treppe hochgepackt. Okay. Okay. Scheiße, wir haben ja komplett verkackt. Hell no. Hell no. Ich dachte mir, ich kann noch reingehen, aber dann mit 0% senetisch wäre die JEP. Es war so dumm. Alter, es war aber auch... Dieser Geist war so aggressiv, Alter. Ja, wir machen direkt noch eine Runde, oder? Oder wollen wir das in der nächsten Folge machen? Ja, ich würde sagen, in der nächsten Folge. Okay, dann. Leute, schaut bei Tim vorbei. Äh, ja. Special thanks to Hoshi. Aka Dino-Doktor. Alter, was los mit dir? Okay, das war's. Mit dieser Folge war es mit Phobia. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020